Und du sprichst einfach nach. Okay. Okay. Okay, dasselbe. Wiederholen wir auf dem Deutsch, damit du weißt, was du gesagt hast. Ich bezeuge, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Genau. Ja, Maschallah. Allahu akbar. Herzlich willkommen zum Islam, Bruder. Danke. Freut mich sehr. Maschallah, dass du jetzt mit 13 Jahren. Vielen Dank.